Kopenhagen vor rund zwei Wochen. Zum ersten Mal macht dort die Red Bull Cliff Diving World Series halt. Aus mehr als 27 Metern springen die besten Klippenspringer der Welt dabei vom Dach des Opernhauses. Unter ihnen Christian Wurst aus Assau. Vor zehn Jahren hat er das ungewöhnliche Hobby für sich entdeckt. Ich bin eigentlich durch Zufall draufgekommen, muss ich eher sagen. Ich komme eigentlich ursprünglich vom Kunstturner in der Bundesliga gedurnt. Ich bin 2003 über einen Freund gestolpert, der sich vorbereitet hat auf die Europameisterschaft. Ich bin mit dem zum Steinbruch gefahren und habe da das erste Mal einen Sprung über 16 Meter gemacht. Daraufhin dann mitgefahren und da war ich infiziert, sag ich mal. Natürlich birgt eine solche Extremsportart aber auch Risiken. Also der absolut gefährlichste Punkt beim High Diving ist mit Sicherheit das Eintauchen im Wasser. Alles andere ist eher Nebensache, müsste ich fast sagen. Das Eintauchen ist eine ganz große Belastung für den Körper. Man kommt mit knapp 90 Stundenkilometern auf der Wasseroberfläche an und verzögert bereits mit der Hälfte vom Körper, die schon im Wasser steckt und oben schiebt die andere Hälfte noch nach. Also im Lendenwirbelbereich ist das sehr große Stauchen und wir bremsen diese 100 oder knapp 90 Stundenkilometer auf drei Metern im Wasser ab. Also das schafft normal kein Formel 1 Auto. Das ist eine unwahrscheinliche Belastung. Jedes Mal eigentlich ein kleiner Verkehrsunfall und nach drei, vier, fünf Sprüngen merkt man es auch im Nacken. Das ist wie ein Schleudertrauma. So springt Christian auch am liebsten aus einer Höhe zwischen 22 und 26 Metern. Die Härte des Aufpralls auf dem Wasser ist dabei noch annehmbar. Um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten, trainiert Christian sehr viel. Wassertraining beginnt mit Eröffnung der Freibarsaison im Mai. Relativ spät. Den ganzen Winter über bin ich in der Halle. Trampolin, Training, Gymnastik, Kraft und so weiter. Und beschäftige mich eigentlich ja viel mit den Sprüngen in einem Kopf, weil das ist so 50-50, sag ich mal, mentale Geschichte. Die körperliche ist fast weniger, also 60-40 würde ich fast sagen. Und obwohl der Sport viele Risiken birgt, weiß Christian doch genau, warum er das Ganze macht. Ganz kurz, für drei Sekunden freier Fall, das Gefühl wie ein Vogel. Also es ist wirklich, das ist eigentlich der Schönste, der Fall, die Zeit in der Luft. Hauptberuflich ist Christian Sportlehrer an der Sportmittelschule in Hauzenberg. Natürlich finden die Schüler das Hobby ihres Lehrers richtig cool. Die sind natürlich immer begeistert, wenn sie irgendwas sehen. Zum Teil kommen sie in die Schule, früher auch. Ich habe sie gesehen im Fernsehen und haben sie es auf dem Handy aufgenommen. Also die sind schon meine treuesten Fans, glaube ich, die Schüler. Wenn Christian einmal mit dem Klippenspringen aufhört, wird er sich danach aber keinesfalls ein gewöhnliches Hobby suchen. Ein bisschen außergewöhnlich und gefährlich soll es schon sein. Fallschirmspringen könnte er sich zum Beispiel gut vorstellen. synthesizer System Man Adrian Man Adrian Man Adrian Man Adrian Man Adrian Vielen Dank.